Hä, aber überschreit's mir das dann nicht eigentlich automatisch? Ah, kann man? Ah, kann man? Ah, maybe? Okay. Standsham. 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 Willstund? Ah, okay. Chami is low, kick him. Chami is low, kick him, kick him, kick him, kick him, kick him. Chami is low, kick him, kick him, kick him, kick him, kick him. No. I tried to, okay. Stun Shaman? Ah, okay, no, it's stunned. Stun me again. Okay, kick him. Okay. 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 Ja, ich müsste halt gucken, dass ich irgendwie eine Mute-Taste habe, eine vernünftige, dann könnte ich dann halt auch zwischendrin mit denen, mit euch labern, wissen, das ist immer ein bisschen blöd, sonst sind die irritiert. Ah, vollstun. Heal you? Ah, I'm kicked. Okay. Dann im. Ah, stand. Ah, I have no interrupt. Fuck. Vollstunned. 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 Okay, I'm got kicked. Ah, vollstunned. Ah, vollstunned. Okay, let's kill him. Transfer? Royer? Dunn him. Fuck Ja, try it Okay, I'm um Let's kill Parla Okay Ah, he's dead, he's dead, nice He already used his bubble Ah, okay Ne, auf dem Mausrad habe ich meine Heilungen Oh, das war ein hartes Ding, aber ich habe ohne Trinket gespielt, weil ich es mir nicht rausgezogen habe Schau, ich habe hier nur den Laser drin Und das Ding brauche ich hier auch nicht Die Hälfte wieder nicht gebeindet Ne, auf dem Mausrad habe ich hier meine Heilungen drauf tatsächlich Also das geht nicht Jetzt sind wir wieder knapp dran 17 Punkte sind noch Dann habe ich auf 2-1, aber wir werden es wieder auf den Sack kriegen Ich weiß das jetzt schon Ja, ich müsste eigentlich mit Modifier Sachen spielen Aber jetzt für Voice Mit Modifier Ich weiß nicht Das war jetzt gerade schon ein harter Kampf Habt ihr gesehen Unser Shami war fast down Ich bin zwischendrin halt immer viel am Rumheilen Tatsächlich Und am Supporten Also du machst als Drill Tank tatsächlich ein bisschen mehr Du bist Du musst halt immer gucken, dass ich zwischen meinem DD und dem Heiler hin und Herdings Supporte an beiden Enden Okay Ja Ja Stun Roryan I will try to heal you and I will kill the shaman Try to stun shaman, ah ok I can't Let's kill shaman let's kill shaman Try to heal you ok Kill him, oh yes nice ok Try to save here Ok, I think you're fine I know, let's hope we win I hope so not that we get a heavy combi How much do I have now? Schau mal 4 Punkte fehlen, 4 scheiß Punkte Ich hoffe, dass das jetzt eine easy Geschichte wird, Leute Ich wollte eigentlich vorher aufs Klo gehen Hätte ich meinen, der Titel ist halt vollkommen egal, der ist halt lax, aber ich will das Transmog halt haben, weil das kannst du dann halt nicht mehr holen nächste Season Da ich jetzt gerade dran bin, die ganzen Sets fertig zu machen, wird das halt noch fehlen, danach muss ich halt nur das Aspiranten-Gier auch noch machen Ähm, das habe ich jetzt alles gebindet Wo wollte ich, achso ich wollte noch nach Sunway gehen eigentlich, ne Jetzt geht die Cue nicht auf, ne Ja Lass es bitte eine easy Kombi sein Oder sowas, was, oh fuck it Oh 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 Hm Ich weiß halt nicht, ob die wirklich stark sind, ne Weil, also von der Kombi her, weil das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen Äh, DH und, äh, Warlock, ne Keine Ahnung, ob das krass ist Ich jetzt gerade überlegen Ich hoffe, das können wir, können wir wegrödeln Mal schauen Aber das Killen habe ich meine Chiefmen, ne Und dann bin ich erstmal erleichtert Mal gucken Ah, Vortex Wer stunt Heird Can't kick. Can't kick. Next one. Vercycht. Viert. Present. 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 Viert. Freaklaunt. Ah, Stunt. sondern gern sonst ab und viert ja Ah, ich kann ihn Okay, Anima Nice We did it Ich denke so Ja, es ist nehrlich O.M. Nice Got my transmug